Wir haben ja gestern und heute unglaublich viel gelernt von großen Firmen, von kleinen Firmen, von Leuten, die was toll gemacht haben, von Leuten, die Fehler gemacht haben. Ich glaube, das Wichtige für jeden, der die Veranstaltung besucht hat, ist jetzt nicht nach Hause fahren und sagen, ach, das war wieder toll, sondern wenn wir jetzt nach Hause kommen am Dienstag, kann das Geschäft nicht wieder gleich weitergehen. Lasst uns doch drei Sachen vornehmen, nur drei aus diesem Festival, die wir im Betrieb umsetzen und lernen, ob wir da was besser gemacht haben. Weil machen ist wie wollen, nur krasser. Also lasst uns tun.